Wenn Sie nicht aus Bad Neulena kommen, ist das gar kein Problem. Wir haben ganz, ganz viele Patienten aus ganz Deutschland. Die kommen von Berlin oder sogar aus Zürich oder aus Österreich, hatten wir auch schon Patienten. Das heißt, letztendlich sind wir das gewohnt, allerdings müssen wir vorher einmal Kontakt aufnehmen. Das heißt, am besten ist, wenn Sie hier eine entsprechende Videosprechstunde buchen, weil damit kann ich erstmal einfach sehen, was haben Sie überhaupt und welche Möglichkeiten kann ich Ihnen überhaupt bieten. Weil nur damit Sie hinkommen, mehrere hundert Kilometer fahren und am Ende herausfinden, dass wir gar nicht die richtigen Ärzte für Sie sind, ist das ein bisschen Zeitverschwendung für Sie, für uns. Insofern ist es am besten, wenn Sie vorher ab ein Videogespräch buchen. Wir checken vorab, ist das möglich, dass wir Ihnen helfen können. Wenn ja, werden wir das alles organisieren, dass Sie vorbeikommen. Wir haben hier ein super Hotel nebenan. Das heißt, da haben Sie ein First Class Hotel, das Steigenberger Hotel. Dort haben wir exklusiv Betten für Sie. Da können Sie die Nacht übernachten. Wir können, auch wenn Sie jetzt nicht die weitere Anreise haben, auch morgens kommen, abends wieder fahren. Das haben wir auch ganz häufig. Allerdings ist es so, erstmal am besten per Videosprechstunde einmal reden. Dann wissen wir, was Sie haben und dann können wir auf jeden Fall weiter planen. Also einfach auf Videosprechstunde klicken und dann entsprechend ein Gespräch mit mir buchen.